Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergbahn. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. So, ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier einen neuen Räscher habe. Ja, das liegt leider an mir. Ich habe gedacht, ich habe die Aufnahmetasse gedrückt, aber dann habe ich geschaut, dann waren schon 10 Minuten vorbei. Das erkläre ich euch jetzt, was wir gemacht haben. Also wir haben den Auftrag abgeschlossen mit den Sonnenblumen ernten und sonst eigentlich nichts. Und hier den Räscher haben wir uns geholt. Dann fangen wir zuerst an, was die brauchen. Da ist ja schon Unkraut drauf, das ist egal. Was ist auf dem Fakt hier drauf? Gärst der das passt. Dann fangen wir mit dem zu essen. So, dann kommen wir da hin. Aus dem Weg da. Aus dem Weg da. So, du wunderschönen. So, dann stellen wir hier den Abfahrer ein des Feldriss Nr. 2. Alles haben wir gar nicht. So. Wo haben wir denn hier angefangen? Start und beim anderen wo wir nicht frieren wollten. Aber nein, fahren wir dort hin. So, da war wieder zu viel Schwung drin. Achtung. So, dann holen wir uns schon mal den hier. Oder? Ne, außen steht eh einer. Mit dem hier. Stehen wir gleich zum Feld. Ja, wenn du in den Baum fährst, kann ich nicht dafür. Mann, 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 du. So, dann stellen wir den hier her. Dann holen wir den hier. Dann holen wir den hier. Dann holen wir die Tür auf. Dann holen wir die Tür auf. Dann holen wir die Tür auf. Dann holen wir den hier. Dann holen wir den hier. Dann holen wir ihn. Dann holen wir den hier. Dann holen wir den hier in der Tür. Zack, zack, können wir fahren, passt. So, um die... Ja, das geht sie natürlich wieder nicht aus. Mann, immer diese Kollisionen, die... So. Oh, das ist mir eine Teller, wieder auf die Bege fahren. Zack, zack, ein Stein, na das ist Das ist aber nie Ja, alter Hasel Hä, was hast du denn gemacht? Du sollst doch stehen bleiben, wenn du es Mann So, wenn du jetzt nicht wartest, dann Dann gibt's auch ein Schläger So, dann geht's mit dem hier zum abdanken, wir mischen mal die Plane auf Der andere ist auch schon voll Da hat er noch nicht mitgenommen, soo Hey, du fahrst hier nicht weiter Wo fährst du denn hin? Geht's dir noch gut? So, dann schauen wir, damit wir hier weiterkommen Und, ja Dann den Stroh In Klassen Dann geht's weiter So, dann kommt das in den Strohlager So, dann kommt das in den Strohlager Ja, dann kommt das in den Strohlager So, dann geht's Ja, dann geht's Und dann geht's Ich bin Ja, dann geht's Ja, dann geht's das dauert hier jetzt fertig weiterfahren nicht hier man du soll ja genau hier danke das dauert noch so was haben wir denn noch zu machen nichts dabei den können wir eigentlich schon mal zu den Enden bringen so sind wir schon so stop kurz mal schauen jetzt das ist los nicht w 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 so dann das geben wir hier schon mal ein stück ab dann machen wir das mit dem und äh mit dem telelader rein ja so hier rüber dann da unten rein und dann passt das auch so so aussteigen, Tür aufmachen, einsteigen, weiter machen so er ist fertig dann können wir mit dem schon wieder zum Feld fahren und dann ist die Folge ja schon wieder rum und da sage ich jetzt schon mal danke fürs zusehen dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu der hochbergmann ich hoffe es gefällt euch das projekt wenn ja lasst gerne ein like da schreibt eure meinung in die kommentare was ich verbessern kann beziehungsweise was ich mir als nächstes gönnen kann in dem spiel oder was wir als nächstes angehen sollen so der ist auch schon wieder voll das werde ich gleich machen einstellen, weiterfahren so dann danke ich fürs zusehen äh ich hoffe es hat euch gefallen dann sehen wir uns in der nächsten Folge ciao